Der Turm ist wieder da! Der Turm ist wieder da! Wo? Wir haben sie abgebaut, weißt du noch? Wir haben sie gefalle unmarkiert. Das ist ja das, was sie neben dem Viehvöl gesehen haben. Nein! Hä? Ich hab das und den Viehvöl gesehen. Ich hab das und den Viehvöl gesehen. Ich hab das und den Weg. Bevor du siehst, wenn du im Kopf ein Fragmohr herkomm. Wenn du blind bist, dann weißt du nicht, wie die Achtermann aufzieht. Du gehst drauf und denkst dir, ups. Ja, wupsi. Immer wenn ich mein Handy rausholen, ne? Das Kribbeln in den Headlong fällt. So, langsam wieder die Hosen, das hier. Legs Klausel, jährlich. Aber ganz ehrlich, wenn der neu lackiert ist, würde ich drauf gehen. Das ist langweilig. Und das ist doch keine Farbe. Aber warum haben die den ganzen Turm abgebaut? Weil die komplett lackiert haben. Oh mein Gott, das ist anders. Die da oben? Ja, genau. Aber wir hätten die das obere Teil noch abnehmen können oder hochsetzen können. Oder wollten sie einfach die Leute überraschen? Ich hab keine Ahnung. Kann auch sein. Du hast die Gondel noch gleich geblieben. Hör mal zu. Du hast die Gondel noch mal geblieben. Der Fahrt ist schon schön, wa? Ja. Aber ich hab Goldbasel nicht einmal fahren gesehen. Ich auch nicht. Das ist ja ein bisschen schade, weil das die Achtermann ja am meisten Spaß macht. Das ist ja ein bisschen schade, weil das nicht in Deutschland ist, was? Das ist ja ein bisschen schade. 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 Oder wechsel. Die warten auf die nächsten, die austauschen. Was denn? Nein, ich glaube nicht. Was ist denn hier? Ja? Oh fuck, immer aufs Köpfchen zu lieb und am Stoß! Was ist denn? Ich weiß es nicht. Wenn die gleiche Po piekt, wie sie noch rum. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte. Immer aufs Köpfchen! Wo bist du denn? Warte, warte, warte. Ja, ihr habt sie getroffen, die Jack. Abgestürzt. Ich hab da aufs Köpfchen gehauen. Cheating your aim. Hallo? 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 Weißt du, sie hat mit einer Tasche. Wir meinen, dass Kinderlamp zwar mal anders war, oder? Klar so! Aus der Ecke ab! Aus der Ecke ab!